und damit ein herzliches willkommen zurück zu ascent hand of cool ja wir werden jetzt mal weiter schauen hier dass wir durch diesen durch diese fechtung festungsmauern hier auf jeden fall lebendig durchkommen okay das sieht nicht schlecht aus aber ich denke mal scheiße wow oh scheiße okay wir haben hier nur den kleinen kackstiefel wieder die in bia die in bia la 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 wow hey du oh unser ding ist mal wieder stehen geblieben und wir sind und nene wir sind tot scheiße dreck okay 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 Okay, springt die Verschlusskette. Okay, das Festhustor ist jetzt offen. Nix wie raus hier. Wow, gut, den behalten wir mal. So, das heißt für uns, wir haben das auch geschafft. Gegen den Uga hatte ich jetzt keine Lust nochmal zu kämpfen. Weil, ne, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir gehen jetzt einfach weiter und schauen mal, was als nächste Aufgabe hier auf uns wartet. So, er lädt und lädt und lädt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt denn jetzt für eine feine Sache? Oder kommt jetzt gar nichts mehr? Nein, jetzt will er nicht mehr. Jetzt haben wir den Uga nicht bekämpft, jetzt ist das Spiel beleidigt. Oh. Aha. Öffnet das Festhustor, erfindet das Blutfeld. Ja, wir tun mal unser Bestes. Oh nein, die schon wieder. Ich will nicht mehr. Verpiss dich. Oh, verdammtes Drecksvolk hier, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Feierabend jetzt hier. Schluss mit lustig. So. Okay, hier geht es für uns weiter. So, dieser Schrein markiert den Ort, an dem das Blut tief in der Erde eindrang, als die Festung vor den Titanen fiel. Aus dieser Art Blut entstehen mächtige Trolle, zerstört sie und reinigt diesen Boden mit dem Licht. Hahaha. Schwitz, komm raus, du bist umstellt. Okay, wir haben Seelen. So, wir nehmen unsere kleinen Männchen mit. Dann gucken wir mal eben, was haben wir denn im Inventar. Verstärker, nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir auch nicht. Waffen. 16 hat der. Und die Waffe hat nur 13. Wow. Wow. Jetzt 15. Dann nehmen wir den mal und reparieren die. Wir reparieren die mal. Okay, die haben wir. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Also, er will mal wieder nicht. Wir ruhen, Verstärker, Helm. Er hat noch 51%. Die Rüstung hat 69. Die Stiefel haben nur noch 16%. Die haben 23. Okay. Gut. Du weißt, was? Gut, die Leute. Okay, teleportieren. Wir versuchen mal unser Glück. Ja, das könnte schwierig werden. For Goldie. Okay, wir müssen... Und wir müssen... was die ich glaube dass sie gar nicht ich glaube dass gar nicht ein kleiner wohn so den haben wir erledigt kleine pestbeule ok goldie besiegt das war doch schon mal etwas sondern wir jetzt mal hier um den schrein kämpfen die neue waffe scheint ja extrem heftig zu sein sieht ja nicht nicht schlecht aus für uns gut dann schauen wir mal auf in den kampf das blutfeld und scheiße war warm 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 wo 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 okay hier viele gegner alter schwede etwas Ok, die kriegen wir hin, die kriegen wir hin, die kriegen wir hin. Die Lines. Wow, 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 wow. Jawoll! Aua! Welle 2 geschafft. Oh scheiße, Welle 3. Wow, 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 wow. Jawoll, ihr seid fertig für die Speckkiste und los geht. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, die sind echt scheiße schwer hier. Wir haben echt ein Problem hier. Wow, 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 wow. Scheiße, wir sind gestorben. Leckt mich doch am Arsch. Ihr seid tot. Das haben wir auch gemerkt. Wir sind aber auch 2500 Millionen Gegner. Welle 3, noch 7 Gegner. Scheiße, scheiße, scheiße. Ego, schpaco. Das stört den Schrein. Jawohl, das machen wir. So, das hätten wir auch erledigt. Zack, und erobert mit der letzten Kraft. Gut, das war ein bisschen knapp, aber wir haben es dann doch noch geschafft. Wow. Feste Uhr, ungeweiht, Licht. Nun beseite ich die übrigen Trollbrut auf diesen heiligen Boden. Ja, wo denn? Ah, da hinten. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Äh, der sieht gut aus. Huhn, Verstärker, Helm, Rüstung, Rahmschutz, Stiefel. Die haben nur noch 9% und die haben noch 16%. Die haben 10 und eben... Okay, die werden wir dann mal eben reparieren. Schwupp. Okay. Und dann geht es auch schon zum nächsten... Was? Was ist hier los? So, dann geht es hier schon zum nächsten... Artefakt, glaube ich, ne? Ja, wir müssen hier rauf. Okay. Dann wären wir jetzt erstmal hier. Was haben wir hier? Mal Kiste. Ding dong. Okay, den können wir verkaufen. Den haben wir schon. Und somit hätten wir dann wieder ein bisschen was. Okay, wir kommen, glaube ich, der Sache ganz schön nah. Da ist der Titan wieder. Der ist stinkgesauer, glaube ich. So ein bisschen. Und wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen Break. Werden mal neue Kräfte sammeln. Wir müssen, glaube ich, links rauf. Ah, da können wir uns doch schnell die Kiste mitnehmen. Ah. Ja, das war aber mal keinen. Ey, du kleiner Wurm, ey. Ich glaube das alles gar nicht, ey. So. Hier kriegen wir gar nichts. Was ist denn das für ein Rotz? Okay, die haben wir auf jeden Fall besiegt. So, dann mache ich jetzt an dieser Stelle einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Send Hand of Cool wieder. Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sag dann bis... Scheiße, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.